Servus miteinander erstmal, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt zu einem weiteren Vorbericht zum Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Wir haben einen klaren Wirkungstreffer jetzt abbekommen gegen Bremen, das tat weh, das tat weh, man hat es auch Jess angemerkt, er ist immer noch enttäuscht von der Mannschaft, er hat es klar angesprochen. Und jetzt haben wir das Spiel gegen Dortmund, die sich hier im Champions-League-Halbfinale mit einem 1-0 zu Hause in Paris durchsetzen haben können. Erstmal hier fette Glückwünsche von Augsburg nach Dortmund zu diesem Sieg, ich habe wirklich alle Daumen gedrückt, ich bin ja für ein deutsches Finale und werde das auch im Spiel gegen Paris im Rückspiel auch tun. Aber jetzt natürlich, um 32. Spiel in der Liga, hoffe ich, dass wir ein schwächeres Gesicht vom BVB sehen, es wird sicherlich viel rotiert werden, auch Jess geht davon aus. Und ja, wir wollen natürlich drei Punkte, beziehungsweise einen Punkt irgendwie holen, momentan nach dem Bremen-Spiel, aber alles so ein bisschen schwierig dran zu glauben. Ja, mit einem Däumchen hoch könnt ihr das Video supporten, ich würde sagen, wir gehen erstmal im Vorbericht, ich werde jetzt eh einiges zu diesem Aufeinandertreffen sagen. Schlichter Blick auf die Tabelle, da seht ihr das, das zweite Gesicht von Dortmund. Fünfter Platz, mit dem Sieg gegen Paris reicht aber der fünfte Platz wohl hier zur Champions-League-Teilnahme, wie ich gelesen habe, weil in dieser Liga-Rangliste die deutsche Liga nicht mehr vom Platz 2 zu holen ist. Und damit hat Dortmund es geschafft, wir haben fünf Teams in der Champions-League. Also hier ist zumindest denen auch ein Stein vom Herzen gefallen, Glückwunsch dazu. Ja, aber 57 Punkte, fünf in der Leipzig, zuletzt gab es da auch eine 4-1-Niederlage. Die Stimmung ist allgemein nicht so gut, wenn man an die Liga denkt in Dortmund. Und hier könnte vielleicht so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer für uns sein und sie werden irre viel rotieren müssen. In Klammern, sie können es machen, weil sie einfach einen guten Kader haben. Und wir stehen auf Platz 8 immer noch. Hoffenheim und Freiburg haben gepatzt, Heidenheim und Bremen sind aber jetzt auch wieder richtig dran an uns. Ja, es war bitter, gegen Bremen bei so einem Traditionsspieltag so ein Spiel zu liefern. Lässt uns auf jeden Fall zurück mit Fragezeichen. Und Jess hat mit der Mannschaft viel besprochen nach diesem Spiel und es muss eine Reaktion kommen. Vor allem die Basics, Thema Einstellung, die müssen einfach wieder stimmen, weil das, was wir gegen Bremen geboten haben, das war in den Basics einfach viel zu wenig. Auch Jess hat es auf der PK genauso genannt. Fand ich klasse, übrigens die PK vor und nach dem Spiel. Ja, Rückrundentabelle Dortmund auf 4, wir auf 6. Haben auch nur 6 Punkte weniger geholt als sie. Also da sieht man, wir sind gar nicht so weit weg in der Bundesliga von ihm, was die Ergebnisse jetzt rein angeht. Eigentlich schon irre, wir reden hier von einem Champions-League-Halbfinalisten, der das Hinspiel gewonnen hat. Also die haben wirklich, das ist ja eine Mentalitätssache, muss man überhaupt nicht übersprechen. Im Hinspiel gab es ein 1 zu 1. In der WWK reden, aber auch ganz schön offenes Spiel, viele Szenen, viele Konter. Dortmund hat viele Räume zugelassen, aber auch wir. War ein tolles Fußballspiel. Ich kann mich auch letztes Jahr noch erinnern, in Dortmund das 4 zu 3 ging auch richtig. Ja, war ein Schlagabtauschen. War ein tolles Fußballspiel und da schöpfe ich auch ein bisschen Vertrauen, dass der BVB uns Räume gibt, die wir gerne auch bespielen. Vielleicht geht was, denke ich mir da. Es wird halt so brutal schwer. Schaut man hier 16 Mal gewonnen, Dortmund 7 Unentschieden, 3 Mal nur der FC Augsburg. Ja, das ist einfach Fakt, wer hier Favorit ist. Heimsicht, Duelle, da wird es richtig ernüchternd von dem. 12 Spielen haben wir nur einmal in Dortmund gewinnen können. Das ist auch schon sehr, sehr lange her. Die letzten Spiele, ich glaube bis 2018, wurden alle verloren. 2018 gab es zuletzt mal wieder einen Punkt, meine ich mit einem 1-1 oder so. Ist ja jetzt unwichtig. Auf jeden Fall ist das sicherlich keine Adresse, wo allgemein Bundesligateams gerne hinfahren. Die sind da einfach eine Macht vor ihrem Heimpublikum und mit der gelben Wand. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Wir müssen ein großes Spiel machen. Die Basics müssen passen und ein bisschen überperformen und unser Momentum einfach dann auch nutzen. Sonst wird das enorm schwierig. Aber der BVB ist ja nicht so heimstark. Es gab schon vier Niederlagen und drei Unentschieden. Das sind also sieben Spiele von 15, die nicht gewonnen wurden. Macht in der Heimtabelle Platz 6. Wir stehen in der Auswärtstabelle auf Platz 10. Konnten von den 15 Spielen zumindest. Sieben haben wir nicht verloren, vier gewonnen, drei Unentschieden. Also knapp die Hälfte und acht verloren. Leicht über die Hälfte der Spiele gehen verloren. Aber ich finde das trotzdem ein deutlich besserer Trend als letztes Jahr noch. Also wir sind auf jeden Fall normalerweise ein Ticken gefährlicher. Aber denke ich jetzt an den Auftritt in Hoffenheim. Denke ich jetzt an den Auftritt in Frankfurt. Zumindest die zweite Halbzeit ist es halt schwierig. Also man muss halt das Frankfurt-Gesicht der ersten Halbzeit zeigen. Mit viel Umschaltmomenten, Selbstbewusst spielen. Das ist magisch. einen Tag sehen, dort zu zocken. Nur dann geht was. Nur dann. Aber so wie halt in Bremen, wird das nichts. Es muss jedem Spieler bewusst sein. Und ich glaube, das ist auch jedem Spieler bewusst. Schauen wir mal ein bisschen auf Dortmund. Auf die Ergebnisse. Wie gesagt, das Paris-Spiel habe ich ja schon gratuliert. 4-1 gegen Leipzig verloren. Schauen wir mal vor allem auf die Heimspiele. In Leverkusen zu Hause ein 1-1 spätes Gegentor kassiert. Die hatten es auch kurz davor, sie zu schlagen. Aber wie so oft, Leverkusen gleicht aus. Ganz spät. Atletico zu Hause 4-2 geschlagen. Das ist aber das Champions-League-Gesicht. In der Liga gegen Stuttgart 0-1 verloren. Vor heimischer Kulisse. 3-1-Sieg gegen Frankfurt. 2-0 gegen PSW. Champions-League-Gesicht. Und das war es dann mit den Heimspielen. Aber grundsätzlich sehen die Ergebnisse nicht so verkehrt aus. Die haben sogar in München 2-0 gewonnen. Sehen wir hier noch in Bremen 2-1 gegen Union Berlin 2-0. Das sind jetzt die letzten zwei Monate, wo ich hier eingeblendet habe. Ja, vor allem der Monat März müsste es sein. Da haben sie alle fünf Spiele gewonnen. Im April haben sie ein bisschen begonnen. Ja, gegen Top-Teams wie Stuttgart, Leipzig, Leverkusen tun sie sich einfach dieses Jahr schwer. Da haben sie nicht geliefert. Aber in Gladbach gewonnen. Das muss man dann halt auch wieder ziehen. Pach, das wird schwierig, Jungs. Das wird schwierig. Machen wir uns da einfach nichts los. Naja, nichts vor. Fehlende Spieler. Ja, bei Ihnen. Bin sie bei Ihnen. Mahlen hat momentan auch so eine komische Verletzung. Habe ich ein bisschen nachgelesen. Steht hier nicht drauf. Aber ich glaube, für den wird es auch nicht reichen. Wenn überhaupt, wird man dann, glaube ich, eher bei ihm zocken, dass er irgendwie in Paris spielen kann. Er scheint irgendwie Oberschenkelprobleme zu haben. Ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Vielleicht reicht es am Ende und er spielt. Aber ich glaube es jetzt nicht nach meinem Stand. Können auch Dortmunder gerne was dazu schreiben, die da vielleicht mehr wissen. Kamera und Duran Will. Sonst haben sie eigentlich echt, was Verletzungen angeht, ordentlich Personal da. Nicht große Sorgen. Bei uns sind die schon größer. Jakic wird gesperrt sein. Schauen wir dann später in der Aufstellung, wer ihn ersetzen wird oder kann. Frami, Oxford, Elvis, Gubli, Jensen, Langzeitverletzte. Auf die können wir dieses Jahr eh nicht bauen. Und Iago fehlt hier auch noch. Wird wieder kein Faktor sein. Also wirklich bitter. Ich finde Iagos Ausfall nichts gegen Petersen. Aber das merkt man brutal. Das technische Niveau von Iago fehlt uns da einfach auf der linken Seite. Mats tut sich irgendwie schwer. Und man merkt, da fehlt es einfach ein bisschen vielleicht auch an der reinen Qualität. Ich hoffe, Petersen macht jetzt mal ein gutes Spiel. Und ja, er muss einfach mehr kommen von links. Es ist einfach Fakt. Also Iagos fehlen sieht man da einfach an allen Ecken und Kanten. Und er wird wohl wieder nicht können. Ja, die besten Spieler. Bei uns kennt ihr es ja schon. Demirovic führt einiges an. Und defensiv Urukai mit bester Luftkämpfer und Zweikämpfer. Bei Dortmund. Föckrug. Frage, spielt er? Schont man nicht? Ich glaube fast, man wird ihn schonen. Wahrscheinlich wird Moukou da spielen. Julian Brandt wird wahrscheinlich auch nicht spielen. Ich denke, den wird man auch nicht vom Beginn an eher von der Bank dann bringen. Wäre der beste Vollangeber. Beino Gittens könnte man in der Startelf sehen. 21 Torschuss im meisten damit auch abgegeben. Marlein ist der beste Tribbler. Wie gesagt, da glaube ich nicht, dass der spielen wird. Mechard dominiert die Luftkämpfe und Zweikämpfe im Mittelfeld. Der könnte tatsächlich ein Faktor werden für die Startelf. Ja, das sind so nochmal ein paar Statistiken. Jetzt die Aufstellung. Also ich habe jetzt meinen Liga-Insider hergenommen. Liga-Insider. Ganz schwierig. Man geht hier von großer Rotation aus. Ich denke, dass Ryerson, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, der rechte Verteidiger mit viel Dynamik nicht spielen wird. Ich glaube, der musste ja auch runter mit Krämpfen oder so. Da wird Marius voll spielen. Sehe ich als eine klare Schwächung an. Ich finde den Ryerson deutlich besser. Süle wird wohl für Hummes reinrotieren. Schlotterbeck kann wahrscheinlich von Anfang an spielen. Wird vielleicht nicht durchspielen. Vielleicht wird irgendwann ein Can für ihn kommen oder man macht das umgekehrt. Matzen. Vielleicht wird der eine Halbzeit spielen. Ich glaube auch nicht, dass der durchspielt. Hier weiß ich nicht, wie Dortmund das dann löst. Vielleicht stellen sie auch auf Dreierkette um. Ganz, ganz schwierig, weil einfach die am Dienstag das Champions-League-Spiel haben. Und das wird Priorität haben für sie. Ohne Wenn und Aber. Özcan im Mittelfeld. Sabitzer wird ja eingetragen. Und Metzger. Also mit Özcan und Metzger rechne ich auf jeden Fall. Sabitzer bin ich gespannt, ob er dann wirklich startet. Beino Gittens. Moukoko und Reus vorne als erste Option. Das wäre einfach eine frische Offensive. Wie gesagt, egal wer da spielt. Ob da jetzt die zweite Reihe spielt, die jetzt nicht gegen Paris gespielt hat. Das ist immer noch ein wahnsinnes Kader. Eine super Mannschaft, die wir hier lesen. Obwohl da schon enorm viel Rotation im Vergleich zum Paris-Spiel wäre. Für mich unmöglich zu sagen. Werden die BVB-Fans wahrscheinlich auch so sehen. Ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass sich ein Adeyemi durchspielt oder ein Füllkrug. Vielleicht werden die eingewechselt oder spielen eine Halbzeit. Weil das Paris-Spiel natürlich total im Fokus ist. Das könnte ein Riesenvorteil für uns werden. Aber nur dann, wenn wir unser gutes Gesicht zeigen. Aufstellung bei uns ist so eingezeichnet wie immer. Also ohne großartige Veränderung. Auf der Sechs wird es auf jeden Fall eine Veränderung geben müssen, weil Jakic spielt. Da denke ich, wird Breithaupt oder Dorsch. Es wird sicher einer. Ich glaube, jetzt hat es auch bestätigt. Hat ja auch Sinn. Unsere zwei Jungs. Wird ein enges Ding. Ich finde, Breithaupt hat es zuletzt nicht schlecht gemacht, wo er Jakic ersetzt hat. Aber Dorsch hat natürlich auch die Ambition zu starten. Und ich weiß halt nicht, wie weit Niklas ist. Wenn Niklas weit genug ist, soll Dorsch starten. Breithaupt von der Bank in die 60. Minute oder 45 Minuten. Bayerich weiß nicht, wie jetzt das. Kommt da natürlich darauf an, wie die erste Halbzeit läuft. Vielleicht kann einer eine Halbzeit spielen, der andere die zweite. Oder du wechselst halt relativ früh in der zweiten. Kommt auf den Spielverlauf an. Hier wird es auf jeden Fall spannend, wen er von beiden wählt. Hier ist Niklas bei mir vorne. Aber ich weiß halt den Trainingsstand nicht. Wenn Niklas jetzt nicht gut trainiert oder noch nicht 100 Prozent, dann ganz klar Tim Breithaupt. Und ich würde ihm das auch zutrauen, weil er gute Spiele gemacht hat. Und dann hat er es gesagt, es kann auch mehr Veränderungen geben. Das Ding ist, hinten fällt es mir schwer. Vielleicht bringt er einen Pfeiffer, vielleicht einen Bauer. Aber für wen? Also die Viererkette muss ja fast bestehen. Also außen den Innenverteidiger hinzustellen, würde ich überhaupt nicht fühlen. Und Jeff und Uruka jetzt zu kappen, wegen mal einem schwächeren Spiel, weiß nicht, ob das sein muss. Im Mittelfeld, klar, man hat einen Pep Biel, man hat einen Matt Köhmür, man hat vorne Michel und Belio. Vielleicht gibt es da tatsächlich was Überraschendes, dass man einer der Jungs, die immer spielen, im Prinzip nicht spielt. Vielleicht startet man Belio oder Michel. Vielleicht startet im Mittelfeld auch überraschend einen Pep Biel und man stellt auch vielleicht das System leicht um. Vielleicht kommt man auch mal mit einem Dreiersturm und einem Neuner. Jeff hat sich Gedanken gemacht, er hat Sachen scheinbar auch einstudieren lassen, die wir jetzt nicht wissen. Und vielleicht gibt es auch nach diesem wirklich ultraschwachen Auftritt, ich wiederhole, es waren einfach die Basics, auch eine Reaktion vom Trainer. Ich bin mir sicher, er hätte eh was gewechselt, hätte er mehr Wahl. Nur haben wir auch einfach viele Spieler wie Jensen, Rex, Bitschei, Gummi, der als RV auch nicht mehr eine Option wäre, da einfach jetzt auch nicht den größten Konkurrenzkampf. Und es wäre halt schon eine Überraschung, wenn er jetzt einiges macht, aber es ist möglich. Also ich gehe irgendwie nicht davon aus, dass nur Dorsch oder Breithaupt reinkommen. Vielleicht gibt es noch einen Überraschungsspieler in der Startelf, mit dem wir jetzt nicht rechnen. Ja, weil Jess muss ja irgendwas machen, also weil so geht es einfach nicht wie im letzten Spiel. Ganz einfach, es geht nicht, die Einstellung muss her für die letzten Spiele. Spielplan ist klar, es wird nicht einfach für uns, in den nächsten Spielen gut zu punkten. Jess hat aber ganz klar gesagt, wir fahren nach Dortmund, wie in dem Spiel auch, um zu gewinnen. Nach dem Spiel wäre ich vielleicht auch mit dem Punkt zufrieden, das kommt auf den Spielverlauf an. Aber Stand jetzt, das Mindset muss sein, auch dort versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Mauern, mit Mauern werden wir da nichts erreichen, so sein Wortlaut. Und ich hoffe, wir zeigen so ein BVB-Spiel, wie wir es jetzt gezeigt haben. Im Hinspiel in der WWK-Arena war ein sehr offenes Spiel. Auch dieses 4-3-Spiel war ja herrlich. Diese 0-3-Niederlage letztes Jahr, wo Dortmund die Meisterschaft gespielt hat, da gab es ja die rote Karte und da waren die wie im Spielrausch. Da war es natürlich enorm schwer gegenzuhalten. Ich glaube, aufgrund des Faktors, dass sie jetzt diese Champions-League-Spieler dazwischen haben, viel rotieren müssen, plus in der Liga einfach immer wieder ein anderes Gesicht zeigen, können wir vielleicht hier überraschen. Aber ihr wisst, es geht halt nur über gute Leistungen und die muss jetzt einfach auch kommen. Sonst haben wir, Fakt, keine Chance. Blicken wir auf die Tabelle. Wie gesagt, Dortmund ist ja abgesehen mit dem Champions-League-Platz jetzt. Wir werden aber trotzdem nicht zufrieden sein, hier gegen Augsburg nicht zu gewinnen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es geht ja auch um Matchmomentum. Für uns geht es darum, ja, viele Fans sagen es auch schon, Leute, nicht so ein bisschen durchgereicht zu werden. Weil es kann auch gut möglich sein, dass wir in den nächsten drei Spielen nicht mehr viel Punkte hätten. Bei den harten Gegnern, die wir haben. Und dann wäre es halt ein bisschen schade mit so einem schönen Momentum, das wir lange hatten, dass es hinten aus ein bisschen kaputt geht. Und das wollen die Spieler nicht. Das will keiner. Wir werden jetzt einen Teufel tun und alles hoffentlich geben, um auch hier Überraschungspunkte zu holen. Weil wir werden sie brauchen. Hoffenheim, punktgleich mit uns. Heidenheim, Bremen hinter uns. Wisst ihr, am Ende auf Platz 12 am Ende oder so zu laden, wäre dann doch irgendwo eine kleine Enttäuschung, nachdem man sich da oben eigentlich schon ein bisschen festgesetzt hat. Aber dazu muss eine Leistungssteigerung her. Ich träume gar nicht mehr von Platz 8 oder so. Mir geht es darum, einfach mit euch zusammen jetzt eine geile Saison zu haben. Und dann werden wir sehen, was bei rauskommt. Hier seht ihr schon die Mitglieder. Dazu gleich später mehr. Ich habe Bock. Wir streamen das Spiel. 14.45 Uhr am Samstag bin ich live auf YouTube und Twitch. Könnt gerne alle reingucken. Ich will einfach schauen und sehen, dass die Mannschaft kämpft und alles reinschmeißt. Was am Ende bei rauskommt, werden wir dann sehen. Wir sehen, dass das Restprogramm hart ist, ist Fakt. Aber auch Bremen hat Stuttgart zum Beispiel geschlagen. Wir können auch große Teams immer wieder mal ärgern. Also lass uns einfach probieren, was geht. Fakt ist, es geht nur mit einer deutlichen Leistungssteigerung. Und die Basics, die Einstellung zum Spiel, das muss wieder passen. Es war deutlich angefressen. Wir Fans waren mächtig enttäuscht. Nicht, weil wir gegen Bremen verloren haben. Die Art und Weise war das Problem. Und das muss sich einfach ändern. Punkt, Ausschluss. Das müssen auch die Spieler begriffen haben nach dem Spiel. Es geht nur über 1000%. Und was gibt es geileres, als gegen Bremen vor vollem Haus zu spielen. Ich glaube, 3000 Augsburger begleiten auch alle in Rot die Mannschaft. Also wir haben alle Bock auf diese Sorge. Jungs, haut alles raus. Ja, dann bleibt natürlich noch zu sagen, danke an alle Unterstützer des Kanals, die auch hier Mitgliedschaften abschließen, schon über mehrere Monate. Ganz besonderes Dank natürlich an Stefan Christ, meinen einzigen VIP-Mitglied bis jetzt auf dem Kanal. Ihr unterstützt damit auch den Algorithmus, dass meine Videos mehr vorgeschlagen werden. Also vielen, vielen Dank hier auch an den ganzen finanziellen Support von euch, Leute. Vom ganzen Herzen. Auch an meine Twitch-Subs. Ich freue mich riesig auf Samstag. Wie gesagt, schaltet um 14.45 Uhr ein. Unseren Auswärtsfahrern und der Mannschaft einfach viel Erfolg, Leute. Kippt alles. Es ist so ein geiles Spiel. Und ja, schaut einfach, dass ihr alles raushaut und wir irgendwie was vielleicht dann am Ende mitnehmen. Mein Tipp ist, leider Gottes, aufgrund der Erfahrung der Bremer, des Bremen-Spiels und der letzte Auswärtsspiel 3-1 für den BVB. Ich hoffe, dass ich falsch liege und die Mannschaft uns alle überrascht. In diesem Sinne, schreibt mir eure Tipps und meine auch in die Kommentare. Ciao, ciao. Bis Samstag. Hey, 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 na Patrik Saustu Lenku.